Dann kann man ja mal beanfangen. Also, ich will was sagen. Ich kenne diesen Ausdruck nicht. Eine Intervention. Hey, Mensch! Hör ein Grünen. Nein, nein, nein. Denk doch mal. Nein, nein, nein. Da hört der Spaß. Rückt auf. Ich muss jetzt noch fragen. Treffen wir uns vorher? Also nicht wir. Sonst spricht bei uns alles immer auseinander. Also. Verschiedene Leute. Na, Freunde. Freunde, Freunde. Janis. 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 Soll ich hier vielleicht mal was vorspielen? Moment mal. Ich hole gleich mal was raus. Habt ihr ja jetzt alles euch verhissen? Stimmt doch gar nicht. Was jetzt? Was macht euch aus Spaß? Was man hier nicht sagt. Scheidung. Praktisch die Kollegin auf der Bühne. Meinen Sie mich? Das ist doch nicht dein Ernst. Und hier sagst du noch. Ijojo. Aua. Bohlegras. Das hat man nicht mehr so. Also diesen Naturalismus eines Films. Oh, Gourmet. Akzeptiere ich. Ja, versuch mal. Also die Geste. Ich rieche, rieche. Ich koche. Wo man irgendwas darstellt, von dem man ja nicht weiß, wenn man da gerade braucht. Verstehe ich auch nicht. Was war denn das? Versuch die Leichtigkeit zu bewahren. Die Schwerter, die Biedenhänder, die kommen noch. Es kommt ziemlich kaum ein paar Produktiv rüber. Du weißt, dass ich diese Einstellung nicht besonders mag, ne? Bing. Das ist mit dazu. Aber wisst ihr was? Ihr gehört alle ins Gefängnis. Verhaftet mich. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Das passt doch gar nicht. Grünkohl muss schon sein, wenn man zum Grünkohl einlegt. Das war am Ende gut. Deswegen geht man ins Theater. Das war am Ende gut.